B2B Nord. Hier treffen sich die Geschäftsführer, Unternehmer und Entscheider aus der Metropolregion Hamburg. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Netzwerken am 19. April von 10 bis 17 Uhr in der Messehalle Hamburg-Schnelsen. Die Hamburger Wirtschaftsmesse am 19. April von 10 bis 17 Uhr in der Messehalle Hamburg-Schnelsen. Informationen über das B2B-Event im Norden unter b2b-nord.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017